Mein Name ist Heiko Rufmann, ich bin Vizepräsidentin des Hessischen Landtags. Ich komme selbst aus Weiterstadt und bin bereits seit November 2000 direkt gewählte Abgeordnete für die SPD. Ich bin von Haus aus Rechtsanwältin und bin hier fachlich insbesondere für die Innenpolitik zuständig. Besonders reizt mich in dieser Aufgabe, den Landtag, das Parlament nach außen zu vertreten, in das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen zu treten, um das Parlament nach außen zu repräsentieren, aber auch um unsere Demokratie zu stärken. Es ist so wichtig, sich politisch zu engagieren, weil die Demokratie von Beteiligung lebt. Und jeder, der sich in unsere Gesellschaft, Gemeinschaft einbringt, der macht etwas, damit es uns allen ein Stück weit auch besser geht. Der Besuch im Hessischen Landtag ist immer wieder aufs Neue spannend. Zum einen mal einen Plenarablauf mitzubekommen, die Debatten, aber auch mit den Abgeordneten in den Austausch zu treten. Das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Besuch. Das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Besuch.